und entdeckt gestärbt ja nämlich mal noch mal ja ich doch nicht allzu schlimm ja aber wieso ich kann mich aufregen warte kurz der warte alle markiert außerdem da ganz da drüben den nicht unter uns ist auch eine markiert ausschalten werden nicht schlecht also die probenschützen also wenn dann jetzt oder in der drüben weil der läuft weg durchmachen ich bleibe hier und wenn der irgendwie zu nahe kommt dann nehme ich den weg der ist weg zu denen in der mitte dir irgendwie holen oder den müsste ich jetzt kriegen aber du musst den anderen gleichzeitig machen ja ich mach den anderen warte wann sagt mir wann ich bin schon auf dem weg ich muss ich stehe hinter ihm jetzt sehr schön dieses mal hat es doch geklappt der wäre fast runter geflogen gut jetzt haben wir keine scharf schützen äh äh bogen schützen mehr die uns es wird nie klappen nee 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 also irgendwie hat man das halt drinnen von white lands ja schnipperle da ist ein sniper ein scharfschützel 44 meter ist die schriftrolle schriftrolle wenn wir über die dächer gehen könnten wir es eigentlich schaffen zu der schriftrolle zu gelangen denn nichts dagegen ich weiß nicht warte nicht nachher dass ich runter falle uah ok alles gut 26 meter alter was denn die drinnen irgendwie doch gar nicht ist wieder wasser und hier ist gebüsch im gebüsch fühle ich mich wohl ich mich auch was gut bleiben der kommt der kommt töt ihn was töt ihn verdammt wie konnte der mich sehen ja weil er sein schwert gezogen hat aber er hat keinen alarm geschlagen das war gut wenn ich ihn da getötet hab ich weiß aber trotzdem nicht wo ja die schriftrolle ist da unten äh ach maß die fuck warte mal das einzige was ich versuchen kann ist müssen wir nochmal hin lass dich sterben nein wow will die schriftrolle auch ja ja du kriegst sie jetzt guck ich erstmal dass ich durchkomme das war total unfair nein der hat seinen leuchtenden scheißstab ja aber dann kann er durch Büsche sehen ja natürlich du sitzt im Busch wenn ich mit einer Taschenlampe wenn du im Busch sitzt und ich leuchte mit einer Taschenlampe rein sehe ich dich doch auch da ist doch nichts unrealistisch nichts unfair dig das ist schon realistisch ne das ist nicht realistisch doch hast du schon mal leuchtendes Schwert gesehen das sind ja auch die Krieger des Lichts bist du wieder da dann komm ich hab dir den Weg freigemacht so Ding komm hol's dir einfach ich bin ja behindert komm hol's dir jetzt wo denn übers Boot ja und dann geradeaus auf die Treppen hoch geradeaus und dann durch das Gitter ja ja komm lauf du kannst rennen da sind keine mehr ich hab alle getötet willst du nicht dass ich lauf ne du schleichst für mich echt und hier gleich ist die nächste hier oben aber ich seh schon da ist ein Licht Gitter also ne Licht ja ich weiß schon was wir da machen müssen hm sind wir jetzt wo wir hin müssen die Pagode was ist denn eine Pagode keine Ahnung wir haben noch ne Schliftlolle 20 Meter ja das ist ja die so ne ich weiß nicht ja ich lad mich noch nicht auf ich warze ich warte noch ja Schritte echt wo über uns vielleicht das ist ein Holzboden könnte schon sein okay ja komm mal was denn bin gefangen bin gefangen was naja kriegst du mir was zum Essen hunde müssen im Käfig bleiben was die Frage ist jetzt wir müssen hoch das ist eins was sicher ist ja und da kommt einer Vorsicht wo zwei Stück auf der linken Seite hä wo denn ich seh äh der ist umgedreht der läuft in die andere Richtung kämpfen sowieso hier hin die Pagode ist irgendwo da oben 10 Meter Schriftrolle hier Schriftrolle ja gut jetzt läuft es doch gut jetzt müssen wir irgendwie da rüber ja ach du Scheiße dafür müssen wir hoch ja irgendwo muss es doch wieder so 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 ein klar Ding geben oder ich werde voll rot schon ich ich erröte vor Scham Gott wir müssen da rein ja dein Ernst kein Weg es gibt keinen anderen Eingang aufs Dach vielleicht oder so also gut dann nimmst du links ich rechts wir klingeln also also du bleibst ja ja ich bleib ja du bleibst hier ich gehe auf die andere Seite der hat schon was gehört der kommt schon zu dir was ja ja alles welcher denn ich weiß es nicht gar keiner sicher ich da ich hab was gehört was ich klingel die sind zu dritt die kommen was die sind zu dritt ich dachte da wären nur zwei die kommen ja jetzt ist die Tür auf ich gehe rein ja du du Benner ich will ne Falle huah ja na klar komm rein hä wieso haben die mich gesehen das kann doch gar nicht sein doch das geht schon wenn du ne Taschenlampe älst dein blödes Maul halt echt lebst du noch ja 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 hast du was gehört was das gibt's doch nicht Digga ja ich hab zwei Stück verschwinden lassen den dritten musste ich ja stechen ja ist ja schön dass du mir hilfst Masti ich hab alter ich hab vielleicht das Ding weggemacht so welches Ding ja äh wir können jetzt durch das äh Dingen durch achso äh ne können wir nicht ne für was hab ich dann bitte das Ding weggemacht da oben war so ein so ein Schwertschlag kaputt Kugel aha was heißt aha ja was soll ich denn sonst sagen Schwertschlag kaputt Kugel kennst du die nicht ne Kugel für ne Lichtbarriere heißt das geh aus meinem Haus raus ja geht's da oben nicht mehr weiter ne doch da geht da ist ein Loch ja aber da drüben geht's nochmal wo rein wo hast denn du jetzt diese Kugel zerschlagen oben ist so ne äh Säule dicker hier geht's runter in den Keller da sind wir hergekommen da ist der Knast oder okay ja hätten wir auch hier hochgehen können ja das hätten wir halt wissen müssen ne ja hätten wir keinen Alarm schlagen brauchen ja aber äh irgendwie na ich glaub weil noch Ding ist äh Alarm oder Alarm wegen Alarm oder ne eigentlich nicht oder also ich komm nicht durch vergiss es haben wir irgendwann ne du hast irgendwas vergessen äh da oben ist noch was ja dann mach mal hä warum steht denn jetzt wieder einer vorm Tor Keine Ahnung Alter du willst mich doch verarschen Dicker das ist oben auf dem Dach ich komm von hier gar nicht hoch ich war grad auf dem Dach das ist es ja grad ich war grad auf dem Dach nein ich komm nicht mehr rein da steht wieder einer davor Schnauze Drecksack ja ähm auf jeden Fall kriegen wir ja heute wieder keine Medaille äh außer wir töten alle oh äh okay der Talisman äh äh äh